Moin, hallo ist wieder, Kala Kala. Assassin's Creed ist wieder am Start. Ich habe jetzt die dritte Mission hier angenommen in den Häuschen, das heißt, sie müsste auch die letzte sein. Also überhaupt, dann müssen wir hier den Hauptstrang verfolgen, wenn ich richtig im Kopf habe. Noch zweimal, dann haben wir diese Mission abgeschlossen, also diesen Bonus. Ich glaube, es gibt dann diese Credo-Punkte. Ich habe richtig gecheckt, sind das die Punkte, mit denen wir uns eventuell mal was kaufen können. Oh, nehmen wir mal kurz mit. Jetzt hat diese komischen Dinger zum Einsammeln. Hier haben wir nur geholt bei Dead Kings für diese Waffe halt. Und die Spitzhüte für die Napoleon-Klamotte. Da habe ich hier erstmal den Aussichtspunkt, weil es ja ganz in der Nähe von unserer eigenen Mission holen. Und dann können wir auch mal sehen, was hier so abgeht. Wahrscheinlich entdecken wir dann noch einen Kaffee, dass wir dann wieder drei neue Missionen kriegen. So, okay, ich habe jetzt auch durch die Tür gehen können. Ey, wie viele? Es wird eigentlich nur die Verbrecher killen. Ich kann halt gleich stressen werden. Aber naja, da müssen halt alle sterben. Bekennt welcher FCK das eigentlich hat? Also wie jetzt Blut gespritzt, ey, wäre jetzt früher FCK 18 gewesen. Zu Counter-Strike gespritzt. Weniger Blut eigentlich bei Counter-Strike, weil wir wirklich bei Counter-Strike, vor allem damals, ihr wisst. Manchmal ist Go, sondern davon noch. Source zum Beispiel. Was durchaus damals ein ziemlich geiles Spiel war. Mag bestimmt auch gar sein Counter-Strike. Aber, das Spiel hat Battlefield. Und das ist halt... Deutlich anders vom Spielverhältnis her. Also schon, wenn du eine Tast drücken musst zum Aim und sowas. Oder falls es nicht extrem ist, ist es halt... Und wie er auch gespielt ist, ist es schon ein starker Unterschied. Wenn man halt eins gewöhnt ist, dann bleibt man da halt auch irgendwie gern bei. Wo ist denn jetzt hier Punkt? Hier, wo ist denn irgendwo der Teil sein, wo wir... Das Gebiet entdecken können? Oh, ist das Stück Holz? Eigentlich müsste es hier sein. Weil hier ist ja auch... Der Wagen, wo wir dann direkt reinspringen könnten, theoretisch. Aber... Ich sehe hier nichts. Einfach mal ein bisschen runter. Da ist der Händler. Dann die Gangsters. Dann die Gangsters. Hm. Das ist doch egal, was es war. Klar, der Karl findet hier... ...den Leuchtturm nicht. Ja, doch, Tee ist es. Was für eine Scheiße. Ich werde schon wahnsinnig finden, so eine Kacke. Weil ich das Ding nicht finde, die Holzrampe... ...und wie sie sonst halt gern verwendet wird. Wie sie sonst halt gern verwendet wird. Das sind wir... ...irgendwann jetzt verjagen und dann haben. Noch eine Frage hier, hm, hm? Und dann? Ja, ja, ich habe es schon weggesteckt, Alter. Bleib locker. Was ist hier los? Was ist das? Hat jetzt der eine... ...hier alle weggehauen oder was? So badass, motherfucker, was geht und dann... ...zack, zack. Einfach immer drei Stück. Ah, nee. Da ist auch ein Toter von denen. Oh, den kann ich auch pländern. Aber muss ja gar nicht hin. Ja, es werden Köpfe rollen, auf jeden Fall. 200 Meter. Gut, dann gehe ich nämlich lieber außen rum. Wenn ich denn hier nicht durch muss. Da sind eigentlich die ganzen... ...Mörder hier, ne? Also diese... ...Mörder, die hier... ...Leute aufhängen, sowas. Scharfrichter. Was machen die denn hier alle? Schon wieder oben? Ich komme hier hoch. Oder auch nicht. Ach, wenn wir jetzt hier... ...ja, durchs Fenster kommen werden. Geht's dann noch? Bin's auch Punkte? Grundstück, ja. Und? Wo willst du hin? Hast du dir einen gekackt? Ja. Ist das Fenster offen? Ja. Du da! Stehen bleiben! Fein da. War nicht grad einer? Und da sind wir. Meine kleine Operationsbasis. Könnte mal wieder gesäubert werden. Ich war damit beschäftigt, die Stadtwache zu beobachten. Kommt! Lasst mich euch zeigen, woran ich arbeite. Ihr Männer wartet hier und... Ui. Ui. Diese Stadt stinkt nach Scheiße. Kannst kaum erwarten hier weg. Ui. Das war mir halt auch Scheiße. Hier bewahre ich meine Notizen auf. Sie waren sehr hilfreich in unserem Kampf für den König. Das freut mich. Ich hoffe, die Monarchie kehrt bald an ihren rechtmäßigen Platz zurück. Ich auch. Ihr habt vorhin einen Brief erwähnt. Sollte mir etwas zustoßen. Er enthält kodierte Anweisungen zum Öffnen der Truhe mit all meinen Notizen darin. Ich verwahre ihn gut. Meinst du denn... Erfluchtergemäßigkeit! Ich lass dich ausbluten! Ich stirb! Jetzt kommt endlich Zeit! Ach, ich werfen Wobble. Nein! Nicht, dass wir nur die beiden... Die haben wir mal kaputt. Aber... Ich hab schon fast beinahe links gezündet. Den Mörser. Aber der Bruder Mörser ist immer so eine Sache. Dann knallt mir... Ich steine selber die Hälfte ab hier... Um die Ohren. Da hab ich auch nichts gehauen. Nein, hier nicht. Ja, dann... gehen wir weiter runter. Ja! Ja! Hier sind noch keine Sachen. Kein Schlüssel. Hier ist nichts. Ah, hier ist er. Zeit? Uhr? Natürlich! Uhr? Oh! 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 Scheiße! Hier in der Bruder drin stehen alte Schwede. Hältst du ja nicht aus! Den Blödsinn! Ich denke, das ist es, wonach der Rat sucht. Ja, und schon bin ich weg. Komm her, du Wicht! Ich hab eine blutige Nachricht für dich! Woher lange Geld sind, verfolgen sie einen eh nicht. Nein. So. Oh, ich habe immer Angst vor jemandem gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Seel will Sie es geben. 10.000 Euro, oder? Ich werde das Geld verdienen. Ich weiß nicht, welcher der ein ist. Ich glaube, es ist das mit den F. So, das Haus ist leer. Sonst sicher auch keine Häuser mehr. Die zu kaufen sind. Zwar rote Kisten ohne Ende. Weiße, blaue. Aber egal. Rote Häuser brauchen wir dann. Haben wir nicht. Dann würde ich sagen. Kaffee. Hin. Kohle rausholen. Und dann war es das wieder. Freunde. Kommt die nächste Folge. Action. Jackson. Ja, 20.000. Hau rein, Alter. Hau rein, Alter. Bis demnächst. Tschüss. Schuss 08. Schuss 08.